Bunny's Diary Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Bunny's Diary. Heute ist ein wunderschöner Herbsttag, endlich mal, denn die letzten zwei Wochen hat es durchgehend nur geregnet. Und heute scheint endlich mal die Sonne. Und ich dachte mir, ich nutze dieses wunderschöne Wetter und starte heute einen Vlog für euch. Das heißt, ich nehme euch heute einfach mal durch meinen Alltag so mit, mit den Kaninchen, zeige euch, was ich alles so mache. Und das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, ist die Kaninchen rauszulassen. Also die kleinen können schon in den Auslauf. Und ich habe hier gerade Wiese nachgefüllt und da hinten Wiesingblätter und ein bisschen Paprika, da ich aktuell die Kohlanfütterung gestartet habe. Und ansonsten könnt ihr auch schon sehen, was auf jeden Fall für jetzt gleich fällig ist. Ich muss hier unbedingt alles grundlegend zusammenkennen. Die letzten zwei Wochen habe ich eigentlich immer nur so grob mit meinem Handbesen sauber gemacht. Genau, ansonsten Strohek habe ich jetzt erst ausgemistet. Die große Toilette werde ich noch ausmisten. Flecken entfernen und hier wieder ein bisschen Grundordnung reinbringen. Und das ist das, was ich jetzt noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, fertig mit sauber machen. Ich habe jetzt alles gereinigt durchgekehrt, Flecken sauber gemacht und jetzt sieht es auch wirklich wieder ganz in Ordnung aus. Ich habe auch Spielsachen hier ein bisschen umgestellt. Und genau, was wollte ich noch sagen? Ich habe hier meinen Korb. Hier packe ich immer alles rein, was mit zu den Kaninchen nach oben muss. Hier war Paprika und Wirsing drin. Also das haben wir schon erledigt. Und ansonsten habe ich hier noch ganz viele Maiskolben. Die muss ich jetzt alle aufmachen und in diesen Eimer hier hinten hinstellen. Ihr könnt sehen, ich gebe den Kaninchen immer die Maisblätter hier zum Anknabbern und Spiel das Blatt hinlegt. Dann spielt sich die immer ewig lang damit. Also das ist echt... Kann ich euch nur empfehlen. Und ansonsten lasse ich die Maiskolben trocknen und gebe den Kaninchen ab und zu da mal was. Das ist echt so eine tolle Beschäftigungsmöglichkeit. Genau. Und ansonsten war ich gestern noch beim Fressnapf und ich dachte mir, ich zeige euch einen kleinen Haul, was ich euch gekauft habe. Nein, was ich den Kaninchen gekauft habe. So, ich bin jetzt hier gerade am Maiskolben aufmachen. Ich wollte nur noch schnell ein Wort dazu sagen. Also erstens darf man Maiskolben nicht einfach so vom Feld abrufen. Das ist nämlich Diebstahl. Das gehört den Bauern, die das angebaut haben. Also wirklich nur nachfragen, ob es in Ordnung ist. Und ansonsten muss man da auch echt aufpassen, wenn man das den Kaninchen verfüttert. Maiskolben werden nämlich hier bei uns in Deutschland ziemlich stark gedüngt und gespritzt. Deswegen da auch auf jeden Fall erst mal nachfragen. Wenn man den Kaninchen welche gibt, dann wirklich nicht viel. Darf ich mal schnell, Pauli? Ich gebe den Kaninchen höchstens so viel. Also nur ein paar so kleine Reihen. Und das auch nur alle drei, vier Tage. Also so einmal die Woche können die da mal ein bisschen was daran knabbern. Und dann reicht das auch wieder. Mais enthält nämlich auch sehr viel Stärke und liefert dadurch total viel Energie für die Kaninchen. Und deswegen sollte man da auch auf gar keinen Fall zu viel verfüttern, weil das einfach für die Kaninchen nicht gut ist und die das auch nicht brauchen. Aber im Winter ab und zu kann man das mal geben, wie ich euch gezeigt habe. Die kleine Pauli ist da hinten gerade in diesem Stroh-Dingsi. Ich finde das so süß. Und die lieben das. Ich streue da ab und zu mal ein paar Erbsenflocken rein oder ein paar Blüten oder Kräuter. Dann finden die das immer ganz toll. So, jetzt gibt es aber wie gesagt den kurzen Fressenabfall, was ich für die Kaninchen gekauft habe. Das reicht für uns jetzt für ein halbes Jahr, für den ganzen Winter. Nein, es gibt bei den Kaninchen wirklich ganz selten nur noch irgendwelche Leckerli. Zum einen habe ich hier von Grainless diese CBD-Sticks Verdauung gekauft. Ich dachte mir, da bekommen die Kaninchen einfach, rupfe ich hier so ein bisschen was ab und brösel die übers normale Frischfutter. Die Sachen von Grainless sind alle getreidefrei und auch vegan und ohne Zucker. Das ist mir sehr wichtig. Dann habe ich hier auch von Grainless die Farmies Fellliebe gekauft. Da gibt es jetzt irgendwie so eine neue Reihe. Ich habe hier auch noch Immunboost mitgenommen. Ich dachte mir, die testen wir einfach hier wieder das gleiche Prinzip. Ich hänge die niemals so ganz in den Stall. Ich finde, das ist einfach zu viel. Ich breche da immer ein bisschen was ab, verteile sie dann im ganzen Stall und dann können die daran einfach immer wieder ein bisschen knabbern. Hier könnt ihr jetzt auch wieder die Zusammensetzung lesen. Und wie gesagt, dann auch nochmal von Grainless die Farmies Immunboost. Hier auch wieder dasselbe Prinzip, breche ein bisschen was ab, verteile sie im Gehege. Dadurch haben die Kaninchen auch immer total viel Spaß, da ein bisschen rumzusuchen. Und hier könnt ihr jetzt auch wieder die Zusammensetzung lesen. Genau, und dann kommt von Trixi eine Beschäftigungsmöglichkeit mit. Ich habe die damals auch ab und zu mal gekauft und die finden das immer ganz toll. Und zwar ist das dieser Heuballen, diesmal mit Karotte, Kürbis und Pastinake. Das sind einfach nur getrocknete Würfel, also ohne Zucker, ohne Getreide. Drin ist einfach nur etwas Heu. Und die lege ich dann auch ab und zu so einfach in den Stall. Dann können die Kaninchen etwas daran knabbern und dann kommt der auch wieder weg. Also so als kurze Beschäftigungsmöglichkeit, wenn ich zum Beispiel gerade mal schnell den Stall sauber mache. An der Stelle natürlich auch keine Werbung und ist alles selbst bezahlt. Wie ihr sehen könnt, das ist jetzt schon ein bisschen später. Wir haben mittlerweile schon Nachmittag und die Kaninchen sind gerade richtig aktiv im Auslauf gewesen. Deswegen dürfen die Kleinen jetzt raus in den Garten. Ich weiß gar nicht, habe ich euch das auf YouTube jemals gezeigt? Ich zeige es euch einfach mal schnell. Wir haben ja hier mittlerweile solche Haken, damit man den Auslauf hier gut aufmachen kann. Und dann machen wir das meistens eigentlich hier so fest, damit die Kaninchen nicht nach da hinten laufen können, sondern nur in den vorderen Teil des Gartens. Und dann haben wir das eigentlich auch immer recht gut im Blick. Wir machen nämlich jetzt noch ein bisschen Gartenarbeit. Genau, und die Kleinen dürfen währenddessen hier draußen ein bisschen toben. So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wir waren ein bisschen im Garten und nebenbei habe ich von den Kaninchen auch ein paar Bilder gemacht. Die Sonne stand einfach so schön, dass man richtig perfekt Bilder machen konnte. Und da sind auch ein paar richtig schöne dabei rumgekommen. Vielleicht kann ich euch hier ein paar einblenden, beziehungsweise schaut bei mir gerne auf Instagram vorbei. Da lade ich die auf jeden Fall hoch. Und hier könnt ihr gerade schon gucken. Wir haben ja einige Sträucher bei uns geschnitten. Da hinten ist ja der Brombeerstrauch. Und haben den Garten etwas herbstfertig gemacht. Und da sind jetzt für die Kaninchen ein paar Brombeeräste natürlich abgefallen. Und die mampfen jetzt hier gerade. Genau. So, hier aus dem Stall ist ein kleiner Wald geworden. Denn wir haben eben jetzt gerade noch die Buchenhecken und Bäume geschnitten. Und meine Kaninchen... Nelly, was war das? Meine Kaninchen lieben Buchenäste. Die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Der Tag neigt sich erst mal von dem Ende. Es ist zwar noch super hell hier in der Kamera, aber eigentlich ist es schon relativ dunkel und auch schon super kalt. Auf jeden Fall geht es für die Kaninchen jetzt dann gleich rein. Aber ich wollte euch noch schnell zeigen. Wir haben hier so eine Tonne für heute gesammelt. Und hier haben wir alle Kräuter aus dem Garten hereingeschnipselt. Vor allem Zitronenmelisse. Hier unten ist Thymian. Was sehe ich noch so? Ich rieche auf jeden Fall Pfeffermünze. Auf jeden Fall ganz viele Kräuter. Ich weiß gar nicht, was noch alles hier drin ist. Und das bekommen die Kaninchen jetzt. Ich glaube, ich lege sie ihnen da hinten in die Kiste rein. Dann gibt es auf jeden Fall frische Wiese. Gemüse gibt es jetzt nicht mehr. Das gibt es dann wieder morgen früh. Genau. So, die Kaninchen haben jetzt Wiese bekommen. In der Wiesenraufe. Hier hat jemand hingepänkelt. Super. Hier, genau, stehen die Äste. Da habe ich, wie gesagt, noch so ein kleines Zeltchen gemacht, dass sie da durchgehen können. Genau, auch hier die Äste. Hier ist jetzt der Napf mit den Kräutern und hier noch ein paar Brombeeräste. Das war es jetzt auch schon mit diesem Vlog. Ich werde jetzt hier zumachen, Kaninchen in den Stall lassen, Licht abschalten. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder auch ein kostenloses Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Tschüss. 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 Vielen Dank.